Stark ins Leben? Na klar! Stark ins Leben ist eine Workshop-Reihe für Schülerinnen und Schüler im Saarland. Die fit macht für Schule, Studium, Beruf und, naja, fürs Leben eben. Wozu das gut sein soll? Hier bekommst du Antworten von dem Profimusiker und Unternehmer Thomas Blug, Christian Korne, Lehrer und Referent bei Stark ins Leben und Schülerinnen der Gesamtschule Türkis-Mühle. Stark ins Leben heißt für mich, einen Plan zu haben. Da gibt es ein Ziel und einen Weg und dann erreicht man das auch. Ich habe für Stark ins Leben den Workshop Schatzkarte des Lebens gehalten. In dem Workshop lernen Jugendliche, wie sie sich selbst Ziele setzen und die ansteuern können. Und am Ende des Workshops können sie von sich sagen, wer bin ich und was will ich von meinem Leben? Ich habe an dem Workshop überzeugendes, sicheres Auftreten teilgenommen. Also ich fand das Gedächtnistraining auch sehr spannend, weil man gelernt hat, wie man sich Dinge einfach und schnell merken kann. Ich konnte ein paar Dinge mitnehmen, die mir auf jeden Fall in Zukunft helfen, wie ich halt auch sicherer bin, wenn ich vor Leuten irgendwie reden soll. Es gibt viele Dinge, die man im Leben lernen muss. Und das macht man besser mit 20 als mit 50. Weil später kostet es euer Geld. Jetzt habt ihr die Zeit, es zu lernen und es wird viel einfacher. Nicht von heute auf morgen denken, sondern auf jeden Fall sich Gedanken über die Zukunft machen. Und dabei hilft ihnen stark ins Leben. Ich finde es gut, dass man in den Workshops lernt, was man in der Schule nicht lernt. Ich kann man halt auch viel für Selbstbewusstsein lernen, halt auch vor anderen auftreten. Und das ist mir halt schon wichtig, weil ich damit halt auch ein bisschen Probleme habe und dass man das halt einfach für die Zukunft lernt. Mich interessiert an dem Workshop, dass ich dadurch auch im Unterricht bei Vorträgen selbstsicherer werde und da einem auch die Angst genommen wird. Also der Workshop war ganz anders, wie ich mir das vorgestellt habe. Er war sehr praxisorientiert. Zum Beispiel Präsentation, Zeitmanagement, Stressbewältigung und Motivation sind alles Themen, die in meinem täglichen Leben eine Riesenrolle spielen. Also ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, dort hinzugehen. Vor allem, wenn man halt dort andere Sachen lernt wie in der Schule und vor allem auch andere Lebenserfahrungen sammelt. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich wäre immer wieder gern dabei. Also ich fand es besonders gut, dass es nur kleine Gruppen waren und ich fand die Atmosphäre unter den Leuten auch gut. Man braucht keine bestimmten Voraussetzungen, um an dem Workshop teilzunehmen. Jeder kann mitmachen, jeder ist dabei und keiner bleibt auf der Strecke. Start ins Leben, seid dabei, macht mit, motiviert andere, meldet euch an. Für die Teilnahme an den Workshops wirst du vom Unterricht freigestellt. Die Kosten übernimmt die Stiftung der Sparda-Bank Südwest für dich. Alle Infos bekommst du bei deinen Lehrern oder im Internet. Es kostet nur ein bisschen Überwindung, euch da anzumelden. Aber die Sache, die ihr bekommt, ist wirklich viel wert. Also auf in die Hufe, los geht's, meldet euch an. Jetzt bist du am Zug. Mach was draus!